Moin Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute erkläre ich euch einmal, wie man die WCA-Cubes richtig verdreht. Wichtig dazu zu wissen sind auf jeden Fall die Notationen der Cubes. Die werde ich jetzt aber hier auch noch einmal ganz schnell erläutern. Wir nehmen jetzt einfach mal eben kurz den 3x3, weil das ist ja so der Standard-Cube. Mit dem fangen wir auch einmal an. Und zwar, jede Seite bekommt hier nämlich einen Buchstaben zugewiesen. Und dieser Buchstabe sagt dann, welche Seite gedreht werden soll. Die Buchstaben sind an den englischen Bezeichnungen für die Seiten angepasst. Das heißt, wir haben jetzt ein U für oben, weil das heißt ja ab. Dann haben wir ein R für rechts, ein L für links, ein D für down, also unten. Dann haben wir ein F für front, also vorne. Und ein B für back, das ist dann hier der hintere Layer. Wenn diese Buchstaben dort einzeln stehen, dann bedeutet das, dass die jeweilige Ebene immer um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht wird. Das heißt, hier an der Frontebene, da kann man das am besten sehen. Wenn wir jetzt hier ein F stehen haben, dann drehen wir die einmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Bei der oberen Ebene wäre das dann einmal so, bei der rechten Ebene so, bei L wäre das so, bei D wäre das so und bei B wäre das so. Genau. Diese Buchstaben können dann allerdings noch einmal ein wenig modifiziert werden, nämlich wenn dort ein Apostroph zum Beispiel hinter steht. Das sagt dann eigentlich nur, dass die Ebene entgegengesetzt des Uhrzeigersinns um 90 Grad gedreht werden soll. Also bei F' wäre das so, bei R' wäre das so, bei L' wäre das so, bei U' wäre das so, bei D' wäre das so und bei B' wäre das so. Und eine weitere Variante gibt es hier noch beim 3x3, nämlich wenn eine 2 hinter den Buchstaben gesetzt wird. Das bedeutet dann, dass die Ebene um 180 Grad gedreht werden soll. Also machen wir hier einfach eine Doppeldrehung. Und das gilt dann bei jedem Buchstaben. So sind die Notationen beim 3x3 aufgebaut und beim 2x2 funktionieren die genauso. Bei den größeren Cubes haben wir hier noch ein paar weitere Besonderheiten, auf die ich dann eingehen werde. So, wir schauen uns jetzt erstmal einen 3x3-Scramble an. Wir sehen hier eine ganz lange Buchstabenfolge. Das ist der Scramble, nachdem wir den hier drehen müssen. Und wichtig ist, wenn ihr einen nxnxn-cube verdrehen wollt. Grün ist immer vorne, weiß ist oben. Das ist ganz wichtig. Und von dieser Position aus führt ihr dann die Buchstaben, also die Notationen durch. Das heißt, wir haben jetzt ein b-Strich, wir haben einmal r2, b2, wieder r2, u-Strich, r2, b2, d2, f2, r2, d2, b, l, d, 2, r2, d, d, b, d-Strich, f, r, und b2. Und dann gucken wir hier einmal auf den Cube, der hier unten eingeblendet ist. Da können wir dann überprüfen, ob wir das jetzt hier alles richtig verdreht haben. Und das sieht richtig aus. Diese Seite ist richtig, die obere Seite ist richtig. Dann sollte der Rest tatsächlich auch richtig sein. Und so verdreht man den 3x3. Der 2x2 ist noch ein bisschen einfacher. Wir halten hier wieder vorne einmal grün, oben weiß. Wir haben dieselben Notationen, nur dass einige Notationen hier nicht vorhanden sind, weil wenn wir b2 drehen, ist das dasselbe wie wenn wir f2 drehen. Oder wenn wir r2 drehen, ist das dasselbe wie wenn wir l2 drehen. Deswegen haben wir hier nur r, f und u. Das sind die Notationen, die wir hier haben. Und ja, dann, wie gesagt, grün vorne, weiß oben. Und dann drehen wir einmal r2, f', r2, u, f, u2, f, r2, f2, u2. Und wir können wieder überprüfen, ob wir den Cube hier richtig verdreht haben. Und das sieht so aus, als ob wir den richtig verdreht haben. Genau, der ist jetzt hier auch richtig verdreht. So, dann kommen wir nun einmal zum 4x4. Die Notationen bleiben hier erstmal wieder gleich. Das heißt, wir haben hier wieder die einzelnen Ebenen. Aber dadurch, dass wir hier in der Mitte noch eine Ebene haben, brauchen wir noch eine weitere Bezeichnung. Und wir können hier einmal, wie gesagt, die ganz äußeren Ebenen drehen. Das sind dann die Notationen, wie wir die schon vom 2x2 und vom 3x3 kennen. Wenn wir hier aber die inneren Ebenen drehen wollen, dann kommt da noch der Buchstabe w hinter. Das heißt, wir hätten hier rw, wir hätten uw und wir hätten fw. Die anderen Buchstaben haben wir jetzt hier beim 4x4 kein w hintergesetzt. Das heißt, wenn wir hier 2 Layer drehen wollen, dann ist das meistens immer nur rw, uw und fw. So, hier geht dann auch wieder grün vorne, weiß oben. Und dann fangen wir einmal an. Als erstes haben wir jetzt hier ein r, ein l, ein b2, l, f2, l', u, f2, r2, b', r2, f', u2, d2, r, u', fw2. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die mittleren Ebenen auch einmal. Dann haben wir einmal ein rw, ein r, f', d, f', u, d, f', b'. rw2, fw2, rw', b, u, r', usual. UW2, F', R', U, UW, L2, FW, R', UW' und FW2. So, überprüfen wir hier auch einmal, ob das jetzt richtig verdreht ist. Und wir sehen hier schon, die untere Ebene ist schon mal korrekt. Das hier ist korrekt, das hier ist korrekt. Hier oben ist auch korrekt. Das haben wir schon mal richtig verdreht. Und die anderen Seiten sollten dann eigentlich im Idealfall auch richtig sein. Bei den inneren Ebenen, da haben wir halt auch wieder die Möglichkeiten, dass da noch ein 2 hinterkommt und ein Apostroph. Das zieht sich auch so durch alle anderen Cubes einmal noch durch. Als nächstes haben wir dann hier noch den 5x5. Hier ist jetzt die Besonnenheit, dass auch die Buchstaben L, B und D ein W hintergesetzt bekommen können. Weil man hat das jetzt ja nicht so wie beim 4x4, wenn man die eine Seite dreht, dass sich dann hier das hier auch mitdreht. Weil wir haben ja noch hier unseren Mittellayer. Das heißt, wir haben hier dann halt auch so Buchstaben wie DW, BW' zum Beispiel. Alles mögliche, aber ansonsten ist das hier auch gleich. Das heißt, weiß oben, grün vorne. Immer darauf achten. Und wir starten einmal. DW, DW', L, FW, L', U2, RW2, UW2, U, L2, RW2, DW', U, L, U, W, D', B, D, FW2, UW, L, SW, JW, L, FW, W, 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 r, LW, RW' F, RW' F, RW' D, R2, RW' 2, U', F', D', B2, LW' 2, B', R, DW' L, F, DW', F und BW'. So, schauen wir auch mal, ob hier alles richtig ist. Es sieht auf den ersten Blick so aus und wir haben den 5x5 auch richtig verdreht. Nun kommen wir zum 6x6, da kommt jetzt erstmal die letzte große Änderung für die Cubes, danach kommt ja nur noch der 7x7 und hier haben wir noch einmal den Fall, dass wir hier einmal diese äußere Ebene haben, dann haben wir hier diese innere Ebene und wir haben noch eine innere Ebene. Genau, und wie man diese hier angibt, das ist eigentlich auch ganz einfach. Wenn wir hier so eine Umdrehung machen sollten, dann wird vor den Buchstaben eine 3 gesetzt. Die symbolisiert dann, dass wir alle drei Ebenen hier drehen sollen. Und da dieser Cube auch wieder gerade ist, also eine gerade Anzahl an Ebenen besitzt, haben wir hier auch wieder den Vorteil, dass wir bei solchen Umdrehungen wieder nur R haben, U und F. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel so Kombinationen wie 3UW2, das wäre dann hier einmal sowas, oder 3RW', das wäre sowas. Aber wir haben dann halt auch die Kombination wie UW2, da muss dann darauf geachtet werden, dass ihr nur hier diese obere Ebene einmal dreht, diese beiden oberen Ebenen. Das wird jetzt schon ein bisschen verwirrender, ich werde das jetzt nicht alles mitsprechen, weil die Scrambles sind auch einigermaßen lang. Wir schauen einfach mal, ob wir das hinbekommen. Wir starten jetzt hier einmal wieder mit einem LW', Also wirklich aufpassen, dass ihr, wenn da keine 3 vorsteht, wirklich nur diese zwei Ebenen dreht, wenn da ein FW oder ein UW oder was auch immer steht. Dann haben wir ein BW, ein LW, ein R', ein 3UW', ein DW', U, ein W, 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 So, und nun haben wir jetzt auch den 6x6 einmal verdreht und wenn wir das jetzt mal eben kurz einmal kontrollieren, sehen wir auch, dass der mit dem Scramble übereinstimmt. Ja, und man kann schon mal sagen, bei solchen langen Scrambles und vor allem halt auch bei solchen Buchstaben- und Zahlenkombinationen kann man schnell einmal durcheinander kommen. Ich bin froh, dass ich es jetzt auf dem ersten Versuch hinbekommen habe, ich komme sonst auch häufiger damit mal durcheinander. Aber wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und wirklich genau hinschaut am Anfang, dann kriegt man das auch irgendwann hin. Dann fehlt jetzt nur noch erstmal der 7x7, dann sind wir mit allen nxnxn Cubes durch. Dann geht es noch weiter mit dem Megaminx, dem Pyramins und dem Scube. Beim Square One, da kann ich euch leider nicht helfen, weil ich habe vom Square One leider absolut keine Ahnung. Aber jetzt erstmal hier zum 7x7, also hier gelten auch wieder dieselben Regeln. Das heißt, wir haben hier einmal wieder zum Beispiel jetzt R, wir haben RW und wir haben 3 RW, weil wir hier wieder drei Ebenen noch haben. Und weil wir jetzt hier wieder einen Cube mit einer ungeraden Anzahl an Ebenen haben, haben wir jetzt hier auch wieder die Regel, dass wir jetzt hier wieder auch sowas wie 3LW haben oder 3DW, auch sozusagen hier die anderen gegenüberliegenden Ebenen. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal mit dem Scramble. Also ich gebe mein Bestes, dass ich mich jetzt hier nicht verdrehe und wir werden einfach mal schauen. Also es beginnt hier mit 3UW, 3DW', B, D', B, 3DW, U, UW2', B', 3BW, UW2', 3BW, 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 FW, hier wieder aufpassen, dass ihr die ersten beiden Ebenen hier dreht, nicht die letzte noch mitdrehen, das kann immer mal schnell passieren. Dann haben wir hier 3LW2, 3UW, F2, UW', 3RW, LW, DW', 3RW', 3UW', U', BW', FW, U2, B', B', U', U', 3LW', U2, 3BW', So, dann schauen wir mal, ob ich das jetzt hier auch richtig verdreht habe. Ich hoffe mal und ich sehe schon, nein, ich habe es, ich habe mich hier verdreht. Ja, das kann schnell mal passieren. Ich weiß tatsächlich sogar auch, an welcher Stelle ich mich verdreht habe. Ah, da ärgere ich mich jetzt so ein bisschen. Aber ich denke mal, ich konnte euch trotzdem einmal so ein bisschen am Anfang zeigen, wie denn hier so die Notationen bei so einem großen Big Cube auch funktionieren. Dann machen wir jetzt weiter mit den weiteren WCA-Events. So, hier sind nun unsere nächsten drei Cubes, die wir uns noch anschauen werden. Wie gesagt, beim Square One, da kann ich euch leider nicht helfen, da bin ich selber leider nicht so drin. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Pyramings. Genau, hier ist wichtig, hier haltet ihr als allererstes einmal grün nach vorne und gelb haltet ihr nach unten. Und wenn wir uns jetzt einmal so den Pyramings anschauen, dann sehen wir hier, wir können hier eine Ebene drehen, wir können hier eine Ebene drehen, hier oben können wir eine drehen und wir können hier hinten noch eine drehen. Und da kommen jetzt wieder unsere schönen Buchstaben einmal ins Spiel, nämlich einmal R, wie da dann einmal um 120 Grad im Uhrzeigersinn, also eine Umdrehung im Uhrzeigersinn. Dann haben wir hier noch einmal U, wir haben L und wir haben B. Und dann, wenn da wieder ein Apostroph hinter steht, dann haben wir hier zum Beispiel R', also ein gegengesetztes Uhrzeigersinn, U', L' und B'. Genau, und dann haben wir hier jetzt noch einmal die Besonderheit, wir können auch hier die Tipps verdrehen, das sind diese kleinen Spitzen, die drehen sich ja immer um sich selbst. Die haben dann einfach dieselbe Bezeichnung wie die großen Ebenen, nur als kleiner Buchstabe. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel R und zurück ist dann wieder R', U und U', L und L', und B und B'. So, wie gesagt, vorne ist grün, unten ist gelb und dann fangen wir einmal an. Wir haben hier einmal R', wir haben hier B', R', B', U', B', L', U', Klein L' und Klein B'. Und so sollte nun einmal der Pyraminx aussehen, wenn wir das jetzt wieder vergleichen. Die Vorderseite stimmt schon einmal, die anderen Seiten müssten dementsprechend dann auch wieder stimmen. Genau, und so verdreht man den. Das ist eigentlich noch relativ simpel, das kann man sich auch gut merken mit diesen kleinen Buchstaben, dass sie für diese kleinen Tipps gelten. Also da kommt man hoffentlich nicht so einfach durcheinander, wie jetzt beim 6x6 oder beim 7x7. Dann fehlt uns jetzt auch einmal der Skewb. Beim Skewb, da müssen wir eine bestimmte Ecke fixieren. Das heißt, wir schauen uns hier eine Ecke an und zwar ist das die weiß-grün-rote Ecke. Die schaut uns die ganze Zeit an, die bewegt sich nicht mit. Das heißt, wenn diese Ecke euch nicht mehr anschaut, während ihr euer Square mit, dann habt ihr auf jeden Fall etwas falsch gemacht. Und wenn wir jetzt hier diese Ecke haben, die ihr uns hier anschaut, dann haben wir hier wieder so ähnliche Bewegungen wie beim Pyraminx. Nämlich einmal haben wir hier R und R', L und L', wir haben U und U'. Und hier ganz hinten, aufpassen, da bewegt sich, wenn ihr den wirklich so haltet, bewegt sich hier diese, ja, diese Ecke hier hinten mit. Hier haben wir B und B'. Das sind auch die einzigen Notationen, die wir hierfür brauchen, weil wir haben jetzt nicht sowas wie die Tipps beim Pyraminx. Und dann starten wir jetzt einfach mal. Also, erinnert euch da dran, die weiß-grün-rote Ecke schaut euch an und weiß ist oben, grün zeigt nach links und rot zeigt nach rechts. So müsst ihr den Skewb halten. Und dann fangen wir einmal an. Also, wir haben jetzt einmal hier R, wir haben L, wir haben wieder R, wir haben B', also wieder hier ganz hinten. Wir haben einmal U, da bewegt sich dann dieses große Teil mit, also U' haben wir hier. Wir haben wieder B', wir haben L und R'. Und was wir jetzt hier schon mal sehen, diese Ecke hat sich nicht mitbewegt. Wenn das bei euch genauso ist, habt ihr es auf jeden Fall richtig gemacht. Und wir können natürlich auch noch einmal hier auf dem kleinen Bildchen überprüfen, ob das so richtig ist. Die obere Ebene, die stimmt. Die rechte Seite, die stimmt soweit auch. Und die linke Seite ist auch richtig. Also haben wir den richtig verdreht. Und zum Abschluss kommen wir dann noch einmal zum Megaminx. Der Megaminx mag jetzt vielleicht etwas befremdlich wirken, wenn wir uns gleich einmal den Scramble anschauen. Der ist nämlich erstens ziemlich lang und zweitens sind da ganz, ganz viele Zeichen, die aber eigentlich ganz simpel sind. Hier gilt auch wieder, weiß wird nach oben gehalten, grün wird nach vorne gehalten. Und jetzt wird es spannend. Wir haben hier nämlich eigentlich nur zwei Bewegungen, zwei Notationen, die wir uns merken müssen. Nämlich wir halten einmal hier diese Ebene fest, diese kleine Ebene. Und dann haben wir hier einmal R++. Und das bedeutet einfach nur, dass wir hier zweimal R drehen. Also zwei Umdrehungen. So ist R++. Dasselbe gibt es dann auch noch einmal mit Minus, Minus. Das ist dann diese zwei Bewegungen einmal zurück. Also vom Ursprungsstand ist das dann so. Dass ihr wirklich dieses große Teil hier einmal um zwei Umdrehungen dreht. Und dann gibt es auch noch einmal die Notation D++. Und das wäre dann einmal hier unten. Das heißt, wir halten theoretisch bei Megaminx die ganze Zeit diese eine Spalte hier fest. Und dann drehen wir hier D++. Also auch wieder zwei Umdrehungen bei D. Und dann gibt es auch noch D-, Minus, Minus. Das ist dann halt zurück. Aus dem Ursprungszustand wäre das dann so. Das mag jetzt vielleicht am Anfang ein wenig komisch wirken. Aber da kommt man auf jeden Fall irgendwann rein. Und dann am Ende einer jeden Reihe, weil wir sehen hier schon, dieser Megaminx Scramble ist in verschiedenen Reihen aufgedruckt. Da haben wir hier immer ein einzelnes U. Und zwar entweder U' oder U. Und das ist ganz einfach. Da machen wir einmal so bei einem normalen U. Und beim U' einmal so. Dann wechselt sich nämlich hier sozusagen die Reihe, die wir hier immer festhalten beim Drehen. Genau. Wir schauen uns das jetzt eben einmal an. Also wir haben hier einmal R++. Das heißt, wir drehen den um zwei Umdrehungen. Dann haben wir D-, Minus, Minus. Zwei Umdrehungen nach links. Wir haben R-, Minus, Minus. Das heißt, zwei Umdrehungen nach unten. D-, Minus, Minus wieder. Also wieder nach links. R++ ist nach oben. D-, Minus, Minus ist wieder nach links. R++ wieder nach oben. D-, Minus, Minus nach links. R++ wieder nach oben. Und D-, Minus, Minus. Jetzt sehen wir hier schon mal, diese Steine sind gleich geblieben. Wenn sich hier irgendwelche Steine verdreht haben und ihr hier keine Steine habt, die zueinander passen bei diesen drei Steinen, dann habt ihr auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht. Also wie gesagt, das ist wichtig. Diese drei Steine müsst ihr immer festhalten, weil dann könnt ihr nämlich die beiden Umdrehungen, einmal hier R und einmal D, auf jeden Fall durchführen. Und jetzt haben wir hier noch ein U' stehen. Beim U', da müssen wir einmal entgegengesetzt des Uhrzeigersinns die obere Ebene drehen. Und unsere neuen drei Steine, die hier aneinander haften, sind diese drei Steine hier. Die halten wir jetzt fest und von dort aus führen wir die nächste Reihe durch. So, und wenn wir das dann jetzt auch einmal eben kurz abgleichen, dann sehen wir hier schon, ich habe hier einen Fehler gemacht. Normalerweise sollte grau oben sein, blau sollte hier vorne sein. Ich hatte das leider eben ein bisschen anders. Ja, deswegen, da kann man halt schnell einmal durcheinander kommen, aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einmal damit zeigen, wie man den Megaminx hier verdreht. Die Notationen sind jetzt ja bekannt. Genau, und dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass euch dieses Video weitergeholfen hat. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen jetzt zu diesem Tutorial, dann schreibt die in die Kommentare. Ich versuche euch auf jeden Fall zu helfen und darauf einzugehen, falls ich hier auch vielleicht mal irgendwie ein Fehler habe, was ich jetzt nicht hoffe. Und ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, wenn euch dieses Tutorial geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Macht's gut bis dahin und Tschüss! Ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehen.